Der globale Vertrieb. Was ist das? Welche Chancen bietet der globale Vertrieb? Welche Nachteile kann er auch haben? Und wer sich da richtig gut auskennt, das ist der Interim-Manager Uwe Rembo, der heute wieder mal hier im virtuellen Studio ist. Und ich freue mich riesig, den Uwe heute wieder begrüßen zu dürfen. Natürlich begrüße ich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die auch gerne wieder meinen Podcast hier abonnieren können. Und der Uwe, der hat jetzt auch einen eigenen Podcast. Ja, habe vom Besten gelernt. Dauerwerbesendung. Von wem? Und den verlinken wir natürlich auch. Hört euch den Podcast auch vom Uwe mal an. Und abonniert auch natürlich seinen Podcast-Kanal. Würden wir uns beide riesig drüber freuen. Aber jetzt fangen wir mit dem Thema an. Und ja, der Podcast ist wie immer eine richtig Dauerwerbesendung. Lieber Uwe, was ist der globale Vertrieb? Welche Chancen bietet er? Welche Risiken sind damit behaftet? Und ja, was hat das mit Politik zu tun? Ja, lieber Uwe, erstmal vielen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast. Ja, was ist globaler Vertrieb? Ich würde sagen, globaler Vertrieb ist etwas, auf den deutsche Unternehmen heute gar nicht mehr verzichten können. Warum? Du weißt, ich bin ja Interim-Manager und ich verdiene meine Brötchen damit, Unternehmen zu helfen, die ein bisschen seichtes Fahrwasser geraten sind. Jetzt habe ich dieses Jahr ganz viele Anfragen. Und das Unruhigende ist, jede zweite dieser Anfragen hat mit einer Werksschließung, einer Standortschließung zu tun oder mit einer Standortverlagerung ins Ausland. Und das sind natürlich sehr besorgniserregende News, die da aus der deutschen Unternehmenslandschaft kommen. Und wenn man sich natürlich dann fragt, woran liegt das, dann hat es immer zwei Gründe. Die Kosten sind zu hoch und die Umsätze sind zu niedrig. Und wenn die Umsätze zu niedrig sind, dann liegt es ganz oft daran, dass Unternehmen, obwohl wir Deutschen als Exportweltmeister gelten, nicht besonders gut internationalisiert sind. Was bedeutet internationalisiert? Weil die Produkte überall erhältlich sind. Also wenn du jetzt, was weiß ich, M&M kaufst oder Kinderschokolade, da kriegst du die auf der ganzen Welt. Aber das ist eigentlich die Ausnahme. Wir sind deswegen Exportweltmeister, weil einige Großunternehmen aus Deutschland sehr stark international sind. Aber der deutsche Mittelstand, der hat hier noch Nachholbedarf. Das Problem ist, wenn du auf die einheimischen Märkte setzt und die einheimischen Märkte sind für deutsche Unternehmen traditionell mal der Dachraum, Deutschland, Austria und die Schweiz, weil hier haben wir eine Sprach, keine Sprachbarriere, dann hat man vielleicht noch ein paar Exportmärkte in Anführungszeichen in Europa, aber meistens war es das dann schon. So und wenn dir jetzt irgendwas passiert, dass in irgendeinem Markt dir die Umsätze wegbrechen und du hast, wie der Brite sagt, alle Eier in einen Korb gelegt und der Korb runterfällt, dann hast du ziemliche Probleme. Und wenn du halt diversifiziert bist und von den 192 Staaten, ich glaube so viel gibt es aktuell auf der Welt, sagen wir mal in 50 oder 80 drin bist, dann kann dir auch mal ein Markt oder zwei wegbrechen. Oder bist du immer noch relativ sicher? Da muss man halt wissen, wie man das macht. Ja und wie funktioniert das Ganze? Wenn ich jetzt ein mittelständisches Unternehmen bin und ich stelle was weiß ich was her, keine Ahnung. Und ja, wie kann ich dann mich global aufstellen? Und brauche ich dann in den ganzen Ländern eine Niederlassung? Top Frage. Also in der Regel fängt man mal damit an oder ich als Berater würde damit anfangen, zusammen mit meinem Kunden überhaupt mal zu gucken, wo ist denn für mich ein wichtiger Markt? Nehmen wir ein aktuelles Beispiel. Ich habe einen Kunden, der hat einen neuen Eierlikör entwickelt. So, jetzt guckt man sich mal an aus den entsprechenden Quellen, wo wird denn überhaupt Eierlikör konsumiert? Das ist nämlich nicht überall gleich. Es gibt Länder, da wird mehr davon getrunken und anderen ist es relativ unbekannt. Ja, es gibt auch Länder, da herrscht ein Alkoholverbot. Also zum Beispiel jetzt, die Idee zu haben, Eierlikör nach Saudi-Arabien zu exportieren, wäre eine relativ schlechte Idee. Ja? Man kann ja Ideen haben. Nur gut müssen sie sein. Ja, da gucken wir uns also mal an, wo ist mein Markt? Jetzt nehmen wir mal an, ich nehme mal das imaginäre Land. Und wir haben festgestellt, in Takatuka-Land wird besonders viel Eierlikör konsumiert. Das ist die zweite Frage. Können wir da überhaupt antreten? Wie ist denn der Wettbewerb? Wenn ihr es jetzt fest, wenn es sich jetzt rausstellt, in Takatuka-Land gibt es den Eierlikör-Anbieter AIHA und der hat 90% Marktanteil, dann ist es ziemlich schwer da reinzubrechen. Wenn die Marktanalyse ergibt, es gibt drei, vier Marktteilnehmer, Player, Mitbewerber, wenn man sagen will, und jeder hat 15, 20%, dann sind die Chancen gut, dass man da reingehen kann in den Markt. Da muss man sich als nächstes überlegen, was ist denn das geeignete Vertriebsmodell? Also das, was du genannt hast, überall eine eigene Vertriebsniederlassung gründen, wäre das Beste, ist aber tatsächlich natürlich das Teuerste überhaupt. Du musst dann überall eine GmbH gründen, du brauchst einen Buchhalter, du musst Asendienstler einstellen, das kann sich kaum einer leisten, es sei denn, es ist ein Großkonzern. Da gibt es dann drei Möglichkeiten. Entweder man hat eigene Exportvertriebler, die reisen dann in die Länder nach Takatuka-Land und klappern dort die Kneipen oder die Lebensmittelmärkte ab und stellen das Produkt vor. Oder du suchst dir einen strategischen Partner, einen sogenannten Distributor. Beispielsweise in Deutschland, vielleicht hast du das gesehen, da gibt es Sierra Tequila. Das ist die bekannteste Tequila-Marke, die hat so ein Hütchen obendrauf in der Flasche, ist in jedem Supermarkt. Ah gut, wenn du dich damit nicht beschäftigst. Natürlich, 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 der Braun ist der Beste. Und jetzt ist es nicht so, dass die mexikanische Tequila-Firma hier selber ihre Leute rumrennen hat oder einen eigenen Außendienst hat, sondern es gibt hier einen Distributor, das ist auf gut Deutsch ein Importeur, der importiert mexikanisches Bier und mexikanischen Tequila und vielleicht, keine Ahnung, arabischen Kaffee und vertreibt es hier. Das ist die zweite Möglichkeit, wenn man so einen Partner hat. Und die dritte Möglichkeit ist, dass man es über freie Handelsvertreter vertreibt. Das ist ein Konzept, das gibt es nicht in allen Ländern, deswegen muss man sich genau überlegen, wo das funktioniert. Ein freier Handelsvertreter ist ein selbstständiger Kaufmann, der ganz viele verschiedene Produkte an verschiedene Kunden verkauft. Zum Beispiel gibt es Handelsvertreter, die haben sich spezialisiert auf Sportartikel. Die verkaufen Skibindungen aus Österreich und Tennisschläger aus Amerika und Sportschuhe aus Taiwan an den deutschen Handel. Und so kann man es natürlich auch umgekehrt machen, dass man sich einen Vertreter sucht für seine Produkte im Tagatugaland, der das dann dort an den Mann oder an die Frau bringt. Und der sollte aber was mit der Branche zu tun haben, der sollte wissen, wie eilig er schmeckt, nehme ich mal an. Für den wäre es jetzt ungünstig, wenn er auch noch Tennisschläger verkaufen würde und was weiß ich. Ja, natürlich, der muss ja Zugang haben. Wenn der jetzt bisher Tennisschläger verkauft und gar nicht weiß, wer sind denn die Abnehmer für Eierlikör, dann ist das natürlich subideal. Klar kann man alles lernen, aber in der Regel wird das einen gar nicht interessieren, sondern das wird einen Handelsvertreter interessieren, der komplementäre Produkte hat, weil es für ihn auch effizienter ist. Weil wenn der zum Beispiel in Restaurants und Hotels fährt und dort Catering Equipment verkauft, dann ist das natürlich für den ein schönes Add-on. Der kann beim gleichen Kunden dann auch den Eierlikör vorstellen. Man muss nicht zu zwei Kunden hinfahren. Aber es gibt dann noch weitere Möglichkeiten. Ist so ein Joint Adventure zum Beispiel, dass man sich mit einem anderen Hersteller, der vielleicht auch ein Likör herstellt, wenn wir gerade beim Alkohol sind, dass der vielleicht dann eine Produktschiene fährt und das unter Lizenz produziert. Also das ist eine Lizenz oder auch Franchise, dass du ihm einfach gegen eine Umsatzbeteiligung und eine Grundgebühr das Rezept verrätst oder eben die Lizenz gibst, das herzustellen und abzufüllen. Oder man kann auch wirklich, wie du sagst, ein klassisches Joint Venture machen nach dem Motto, du hast dort ein Grundstück und eine Halle, ich habe die Spezialmaschinen, die liefere ich, wir produzieren das gemeinsam und teilen uns dann den Gewinn. Und du kannst natürlich heutzutage, wir leben immer 2024, auch einen Online-Handel machen, wenn er sich für das jeweilige Produkt eignet. Für Kleidung, Schuhe ist es oft ein bisschen problematisch, das will man anprobieren, da hast du dann immer die Logistikprobleme. Aber es gibt viele Sachen, die eignen sich sehr gut für einen internationalen digitalen Vertrieb. Ja, und wenn du dann einen Webshop hast und jemand drückt auf das Land, dem Takatuka-Land gehört, also Takatuka-Land, und dann wird der Kunde halt aus dem Land entsprechend beliefert. Und das finde ich ja sinnvoll. Was mich immer bei solchen Webseiten ärgert, ist, dass der Preis sich immer danach richtet, wo du es hinliefern lässt. Ja, weil der eine zahlt halt in dem Land mehr als der andere im anderen Land, weil einfach die Einkommensverhältnisse natürlich auch möglich arbeiten. Das ist ein interessantes Thema. Ja und nein. Teilweise rechtfertigt man das mit höheren Logistikkosten oder so, was aber eigentlich ein Schmarrn ist. Ich habe vor 35 Jahren eine bestimmte Zahnpflegemarke in Österreich eingeführt, die jetzt ganz groß ist. Und schon damals war das in Österreich immer 15 bis 20 Prozent teurer. Und man hat immer gesagt, ja, es hat mehr Logistikkosten, wenn es von Deutschland kommt. Das war aber ein Schmarrn, weil die Ware kam direkt aus den USA und die wurde jetzt nicht in Deutschland umgeschlagen. Man hat tatsächlich einfach, der neudeutsche Ausdruck ist Yield Management. Man hat einfach herausgefunden, in Österreich kannst du mehr abgreifen und in anderen Ländern kannst du vielleicht weniger abgreifen. Viele Marken machen das. Es gibt aber auch zum Beispiel Marken, die machen das nicht. Also wenn du jetzt denkst, ich fahre nach Burkina Faso und kaufe mir da einen Mercedes, weil der muss da billiger sein, weil die Leute dort nicht so viel Geld haben, dann ist das ein Irrtum, weil die verkaufen das dort genauso teuer wie bei uns. Ja, es gibt aber auch Gegenbeispiele. Also beispielsweise, wenn du von einer großen Suchmaschine, die auch ein Videoportal betreibt, unter der dieses Video ja auch veröffentlicht wird, und wenn du dann das Monatsabo dir holst mit einer deutschen IP-Adresse, zahlst du es x-fache von dem, als wenn du dich per VPN mit einer indischen IP-Adresse anmeldest und dort deinen YouTube-Musik-Abo, was weiß ich, was abschließt. Also ich glaube, es ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Produkt natürlich, da hast du völlig recht. Und das heißt, ich kann dann hergehen und über diese Möglichkeiten, die du gerade genannt hast, kann man da verschiedene, ja, kann man globalen Vertrieb aufbauen. Wie lange dauert so etwas? Natürlich, wir haben jetzt gerade verschiedene Möglichkeiten angerissen. Wie lange dauert es? Ja, wie lange dauert es? Das ist so ein bisschen wie die Frage, wie lange ist ein Stück Stur? Es kommt darauf an. Am schnellsten geht eigentlich die Suche nach Handelsvertretern, weil die kannst du, über Handelsvertreter Plattformen suchen, kannst du annoncieren, die melden sich dann. Am längsten da war natürlich Joint Ventures, weil überall, wo es um viel Kapital geht, geht es auch um lange Verhandlungen, da geht es um die Prüfung von Verträgen, da geht es vielleicht auch um rechtliche Rahmenbedingungen. Dann ist es nochmal ein Unterschied, ob du über Gummibärchen redest oder über Medizinprodukte. Medizinprodukte, die müssen in jedem Land zugelassen sein, die musst du registrieren lassen. Das ist ein bestimmter Prozess, der dauert lange und kostet mitunter viel Geld. Bei Gummibärchen ist es wieder anders. Wobei bei Gummibärchen... Ja, und du musst auch bei pharmazeutischen Produkten gewisse Richtlinien einhalten, dass das Ganze hygienisch ist und reine Räume und desinfizierte und was weiß ich was. Aber ich glaube nicht nur dort in den Produktionsstätten, sondern auch nachher in den Ländern, wo du es hinschickst, damit man auch sagen kann, Lieferkette, dass man auch sagen kann, das wurde unter den Bedingungen wirklich produziert. Ja, und das kann zum Beispiel ganz interessante Dimensionen haben, wenn wir bei dem Beispiel Gummibärchen bleiben und du die in arabische Länder verkaufen willst, dann hast du eine separate Produktion in Bonn. Da kommt ja der Harald Richter Bonn her, Haribo, da kommt der Name her. Weil nämlich keine Gelatine, das ist ein Schweineprodukt, drin sein darf. Und wenn du Aftershave nach Saudi-Arabien verkaufen willst, darf da kein Alkohol drin sein. Das kann natürlich sein, dass du für verschiedene Märkte zu Hause in der Produktion am Rhein oder im Schwarzwald ganz unterschiedliche Produktionslinien fahren musst. Ja, es gibt ja auch die, es gibt ja American Tobacco, die stellen beispielsweise die Camel-Zigaretten her und die haben in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche, ich sage jetzt mal Geschmäcker. Also Geschmäcker, Zigarette ist ja schwierig, ja. Also die haben dann unterschiedliche Tabakmischungen, je nach Land. Da wird das nochmal angepasst an entweder die Gewohnheiten der Menschen, die dort wohnen oder je nachdem welcher Tabak auch zur Verfügung steht. Ja, zum Beispiel auch bei Lebensmitteln, bei Cola zum Beispiel oder manchen Lebensmitteln, die nach Peru gehen, wird auch die Zusammensetzung geändert, weil Peru sehr hoch liegt und in der Höhe verändert sich der Geschmack. Deswegen hast du das Beispiel auch bei den Mahlzeiten im Flugzeug, die werden extra dafür komponiert, weil die Geschmacksfähigkeit nachlässt mit der Höhe. Da schmeckt es viel intensiver. Das ist auch das Phänomen, warum im Flugzeug der meiste Tomatensaft getrunken wird. Der ist so stark, die trinken den, weil das Einzige wurde, was schmeckst. Übrigens, ich trinke auch wirklich ohne Schmack, ich trinke auch nur im Flugzeug Tomatensaft. Zu Hause kannst du mich nicht damit jagen. Ja, genau, das hat mit der Höhe zu tun. Richtig gut. Und deswegen werden auch manche Lebensmittel sogar nach solchen Gesichtspunkten dann verändert. Das ist dann die Aufgabe von einem guten Product Manager im Unternehmen, der muss das wissen. Ja, und vielleicht auch die Verpackung, nehmen wir nochmal den Eierlikör, vielleicht auch die Flasche, dass sie eine andere Haptik hat. Vielleicht auch andere Größeneinheiten, die da vielleicht produziert werden müssen, weil möglicherweise Recycling, keine Ahnung, haben die nicht die deutsche DIN-Flasche, sondern halt irgendeine andere. Ja klar, ich meine, ich gehe alleine nach Großbritannien, da gibt es Pint und Half-Pint und Gallon. Ja, da musst du halt dein Bier in einer anderen Flaschengröße, in einer anderen Gebindengröße anbieten. Wenn du jetzt eine Flasche hast, wo eine Bierflasche hast, muss ich sagen, weil eine Kellnerin auf der Wiesn abgebildet ist, mit üppiger Auslage und tiefem Ausschnitt, dann geht es zum Beispiel nicht für den Nahen Osten. Da darf sowas nicht drauf sein. Ja. Aber es gibt beispielsweise was, was in Amerika selten getrunken wird, ist beispielsweise trübes Hefeweißbier. Weil dann heißt, da ist ja noch was drin. Warum ist das nicht gefiltert? Da ist ja irgendwie noch was weiß ich was. Dabei schmeckt es am besten. Also das ist auch klar, mentalitätsbedingt ist es auch ein bisschen was Unterschiedliches. Und wenn man da jetzt so einen globalen Vertrieb aufbaut, du hast vorhin schon gesagt, Diversifikation. Was es bringt, haben wir schon festgestellt, dass wir uns in Märkte begeben können als Unternehmen, die vielleicht noch nicht erschlossen sind oder ein Verdrängungswettbewerb stattfindet. Je nachdem können wir dann dort ein neues Standbein aufbauen oder auch nicht. Woran scheitert denn meist der Club? Naja, er kann scheitern, wenn man sich nicht ausreichend mit dem Markt auseinandersetzt. Ich hatte das früher oft mit amerikanischen Unternehmen. Wir wollen nach Europa. Die haben nicht registriert, dass es kein Europa gibt, sondern dass du zwei Stunden fährst und dann über drei Ländergrenzen hinweg hast. Mit unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichen Sprachen, mit unterschiedlichen Werbebotschaften. Also man muss den Markt schon gut kennen. Zum Beispiel ein witziges Beispiel. Aus meiner Praxis, vor vielen, vielen Jahren hatte ich einen Kunden, der wollte mit seinem Waschmittel nach Israel gehen. Und dann hatten die eine doppelseitige Werbeanzeige vorher, nachher. Hemd vorher schmutzig, nachher blütenweiß. Haben die dort auch geschaltet, hatten nur übersehen, dass man in Israel von rechts nach links liest. Das sind die Zeitschriften, die liegen mit der Rückseite auf. Genau. Du ahnst es, die hatten sehr viel Aufmerksamkeit, weil sie den Lacher der Saison hatten. Denn die Anzeige hat natürlich so nicht funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Das Saison ist ein Klassiker. Ja, aber wenn sich dann jeder Drücker unterhält, hat die Anzeige wahrscheinlich einen besseren Werbeeffekt gehabt, als wenn sie normal abgedruckt wäre. Es gibt ja den Sager, ja, besser eine schlechte Presse als gar keine. Ja, und Mentalität ist eine ganz wichtige Geschichte. Es war ja auch zu lesen, dass Daimelike Chrysler damals gescheitert ist, weil die Menschen unterschiedliche Mentalitäten hatten, die Firmenbosse und die sich nicht so richtig verstanden hätten. Jetzt nicht, was es Englisch betrifft, sondern einfach das, was anderes hinein interpretiert wurde, als der andere gemeint hat. Also Kommunikationsthemen und Mentalitätsprobleme sollen da wohl auch zusätzlich zu allem anderen auch ein Thema gewesen sein. Also das darf man beachten. Ist tatsächlich so, man fällt oft in die Falle und sagt, naja, wir sprechen beide die gleiche Sprache oder wir sprechen beide Englisch. Wir verstehen uns, du verstehst dich noch lange nicht. Wenn zum Beispiel in der Automobilindustrie ein deutscher Ingenieur von Mercedes sagt, das Ding ist noch nicht marktreif, dann meint der eigentlich nach deutschem Standard, das Ding ist zu 99,5 Prozent marktreif, aber ein bisschen was müssen wir noch verbessern und vorher geben was nicht raus. Wenn der amerikanische Ingenieur sagt, das ist marktreif, dann hat er gerade mal die Blaupause auf dem Tisch liegen, meint aber damit, ja, in sechs Monaten, wenn du es bestellst, ist immer soweit. Ja, also ich hatte mal früher in einem Leben, vor meiner Zeit, ja, da war ich ja ITler und da habe ich für eine türkische Airline, nicht türkische Airline, eine andere türkische Airline, die Buchungssysteme fürs Internet haben wir da programmiert und das sollten wir, mein Partner damals und ich, wir sollten damals in die Türkei fahren und ein Stück Software testen, das angeblich schon fertig war. Wir sind also hingefahren, ja, und dann hieß es, nee, es gibt selber Probleme und es geht nicht, ja. Und einen Tag später, ja, morgen wird es fertig sein, ja, und drei Tage später, wir haben immer wieder nachgefragt und haben auch immer reportet zur Airline, dass es nicht fertig ist. Und dann hat sich herausgestellt, nach vier Tagen, das Ding gibt es überhaupt nicht. Genau das, was du gesagt hast, also es kann sein, dass es im Kopf schon fertig ist, die Idee, aber es war noch kein Stück Code programmiert, ja. Aber wir können es schon testen. Was ist das? Ja, Mentalität ist halt eine andere, das ist jetzt völlig wertfrei gewesen, ja, Rassismus und Diskriminierung, also es ist halt komplett wertfrei, aber da sieht man, dass andere Menschen oder andere Länder, andere Kulturen andere Arbeitsweisen haben und andere Herangehensweisen. Das darf man auch, darf man auch beim globalen Vertrieb darf man das auch umsichtigen. Ja, also die Konzepte von Zeit oder von Dränglichkeit, die sind völlig anders, ja. Es gibt Kulturen, die sagen, Zeit ist für uns nicht wichtig. Wichtig ist erstmal, dass wir die persönliche Beziehung herstellen, ja. Da fährst du dann hin und da redest du eine Woche Smalltalk und über die Familie und wenn die dich akzeptiert haben, dir vertrauen, dann kommt das Business, ja. Und bist du deutsch oder amerikanisch, sagt der, komm, let's do the deal, Unterschrift und danach gehen wir ein Bier darauf trinken, ja. Ist beides valide, hat beides seine Berechtigung, hat aber ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Spannend. Und das heißt, man darf sich, wenn man mit dem Thema oder mit der Idee sich globaler Vertrieb beschäftigt, auch mit Kulturen auseinandersetzen. Ist es in Japan oder in China, wo man keine Hand schüttelt und irgendwo gibt man kein Trinkgeld? Also in Japan kriegst du kein Trinkgeld, ja. In Japan zum Beispiel wird Toilettenpapier an der Haustür verkauft, ja. Aber wenn du also jetzt ein Toilettenpapierhersteller bist und sagst, ich will dort in die Supermärkte, dann kannst du dir sparen. Das wird ganz anders vertrieben. Oder in Australien zum Beispiel, wenn es bei uns rot für Gefahr steht und Vorsicht, das ist in Australien grün. Ja, das steht auf dem Giftschrank oder auf dem Erste-Hilfe-Kasten, ist ein grünes Kreuz drauf. Muss man alles wissen, sonst kann man viel Geld verschwenden oder viel Zeit verschwenden auch. Ja, da fällt mir jetzt gerade was Böses ein, aber das sage ich jetzt nicht. Es hat was mit der Ampel in Berlin zu tun, was man vielleicht färblich ändern sollte. Aber egal. Ich habe neulich bei dem Vortrag ein schönes Wort gehört. Da habe ich gesagt, im Augenblick gibt es Kräfte, die fahren Deutschland an die Wand. Aber nach guter deutscher Manier, wir fahren zertifiziert gegen die Wand. Absolut. Und was mich ja irgendwie freut, ist diese Entwicklung, dass Deutschland an die Wand gefahren wurde. Das hat ja schon mal, was schon, kriegen wir gleich einen Anruf von der Staatsanwaltschaft. Geheimdienst. Geheimdienst. Sie werden überwacht. Und ich denke, das hat mit Merkel auch so ein bisschen angefangen, dass Deutschland langsam an die Wand gefahren wurde. Und da freue ich mich eigentlich, dass die Grünen mit an der Macht sind. Warum? Ganz einfach, dann geht es ein bisschen schneller. Also dauert es nicht so lange, dann ist das ein, wie heißt es immer so schön? Ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja, das dauert ja noch länger. Also das ist für mich, deshalb finde ich das okay. Sollen sie ruhig mal machen. Und dann dürfen sich alle Menschen, die sie gewählt haben, dann mal fragen, warum sie das denn gemacht haben. So ein kleiner Seitenhieb, weil, ja gut. Also, Kultur, ganz wichtig. Preise in dem jeweiligen Land, auch wichtig. Dann, was auch noch bedacht werden sollte, ist die Deklaration, was alles auf so einem Produkt draufstehen muss. In Amerika muss draufstehen, dass du einen Hund nicht in die Mikrowelle reinsteckst, weil du sonst 500 Millionen Euro übertrieben bezahlen musst, wenn du es mal ausprobierst. ist ja auch schon alles passiert. Ich meine, da gab es auch schon Urteile drüber, dass solche Dinge, oder wie du gesagt hast, Klopapier am, Klopapier wird an der Hauseingangstür verkauft und dann der freie Händler fährt dann da rum und macht den Tod. Also sowas darf man alles berücksichtigen. Finde ich spannend. Wie kann man das denn machen, dass man da die wenigsten Fehler macht? Holt man sich da jemanden, der vielleicht in beiden Kulturen beheimatet ist, der das auch dann übersetzen kann? Das Auto ist fertig, ja. Oder wie macht man das? Also sollte man sich natürlich einen Experten an Bord holen. Das ist übrigens so ein typisches Interim-Management-Thema, weil es gibt Kollegen, die kennen sich hervorragend aus in Tagatugaland, andere kennen sich aus mit Vertrieb in den USA, andere verkennen sich aus mit China oder Indien oder Thailand oder Korea. Und die haben natürlich ein tiefes Insider-Wissen, aber was noch viel wichtiger ist, die haben die richtigen Netzwerke und Beziehungen. Da muss dann der Auftraggeber nicht lange jetzt damit beginnen, Klinken zu putzen, sondern der entsprechende Berater, der ruft dann seine Kontakte an und sagt, du, ich habe da was, das könnte für euch beide interessant sein, redet mal miteinander. Also das ist mal ganz wichtig. Aber davon abgesehen, also interkulturelle Kompetenz bei Unternehmen, die brauchst du ja heutzutage nicht nur, wenn du ins Ausland verkaufen möchtest, sondern du hast auch ausländische Lieferanten und du hast vor allem immer mehr ausländische Mitarbeiter auch. Und da kann es natürlich nicht schaden, wenn du eine gewisse interkulturelle Kompetenz entwickelst, damit du die Lieferanten gut bei Laune halten kannst oder verhandeln kannst und damit du eben auf dem Arbeitsmarkt auch genug Arbeitskräfte findest und die vor allen Dingen binden kannst. Wir reden ja von der Multikulti-Gesellschaft und bedingt durch den Fach- und Führungskräftemangel sind wir ja wirklich da, dass wir froh sein können, dass wir sehr viele ausländische Arbeitskräfte am Markt haben. Und es kann ja nichts schaden, wenn man sich ein bisschen mit denen beschäftigt und mit den Leuten sich gut stellt und die auch entsprechend fair behandeln kann. Also eine Weihnachtsfeier jetzt zu machen und dann nur Bohle anzubieten, wenn Muslime mit dabei sind, ist sicherlich eine subideale Idee und da gibt es viele Beispiele, wo man einfach darauf achten muss. Wenn du Inder hast, das ist ein völlig Land geprägt von den unterschiedlichsten Religionen und Ernährungsgewohnheiten. Das sollte man einfach wissen, damit man nicht aus Versehen unwissentlich jemand auf die Füße tritt. Und Rindergulasch präsentiert. Ganz schlechte Idee. Das kommt nicht so gut an beim Inder. Und beim Israeli ist halt das Schweinefleisch oder beim Türken auch ist das Schweinefleisch nicht hoch im Kurs. Das heißt am besten Veggie und damit ist das Thema. Ja, aber Uli, man lernt ja nie auch. Bei meiner letzten Indienreise habe ich Geschäftspartner gehabt und die hat mir erzählt, die Frau, sie gehören einer Kaste an. Die dürfen zum Beispiel nichts essen, was unter der Erde wächst. Habe ich vorher noch nie gehört. Also zum Beispiel Kartoffeln oder Wurzelgemüse war für die tabu. Die durften nur essen, was über der Erde wächst. Also man lernt nie aus. Ich dachte, ich weiß schon ziemlich alles, aber sagenhaft. Ja, es gibt Regelungen, auch was weiß ich, was in Amerika manchmal von Texas was beispielsweise. Da gab es letztens einen Bericht, eine Reportage drüber. Die haben alle Stromleitungen in andere Staaten gekappt, weil sie autark sein wollten. Na ja, dann ist irgendwann mal das zusammengeklappt. Während eines Winters das Stromnetz und dann sind halt Leute erfroren. Also es gibt ganz, ganz merkwürdige, für uns merkwürdige, muss ich dazu sagen, für uns merkwürdige Regeln, Gesetze, Gebräuche und was weiß ich was. Und die darf man entsprechend berücksichtigen, wenn man den globalen Vertrieb anstrebt. Aber du hast ganz am Anfang gesagt, dass Menschen zu dir gekommen sind, Firmen zu dir gekommen sind, die wollen hier den Vertrieb dicht machen und dann ins Ausland gehen. Was ist denn so das bevorzugte Ziel? In Polen haben wir große Abwanderungen nach Polien und Rumänien. Das liegt daran, in Polen sind zum Beispiel die Facharbeiter und Handwerker sehr gut ausgebildet. Die sind an den gleichen Maschinen ausgebildet, die es auch bei uns gibt. Das zum Beispiel, das hast du nicht, wenn du jetzt Afrikaner einstellst, nicht, dass die weniger gute Arbeiter wären, aber Afrika ist arm. In der Regel kaufen die dort Maschinen, die bei uns ausgemustert werden, die 20 Jahre alt sind oder älter. Und wenn du halt jetzt jemanden in die Produktionsstraße stellst, wo die neuesten CNC-Maschinen laufen, dann willst du natürlich jemanden, der da mitgearbeitet hat. Und das ist in Polen und Rumänien derzeit der Fall. Es ist außerdem geografisch nah und es ist ein großes Lohngefälle und Steuervorteile gibt es auch noch. Ja, immer eine Frage. Bei uns heißt es ja immer, kurz weg vom Thema, bei uns heißt es ja immer, wir haben keine Fachkräfte. Und jetzt wandern da Miele zum Beispiel, ganz aktuell, die gehen nach Polen und produzieren dort. Naja, das sind einfach vervölkerungsreiche Länder. Da gibt es einfach mehr. Bei uns kehrt sich ja die Alterspyramide um. Merkwürdig, andere Länder kriegen das hin, und zwar unsere Nachbarn. und ja gut, jetzt produzieren die dort in Polen beziehungsweise Rumänien, Bulgarien, alles was dazu gehört noch. Jetzt aber verkaufen, verkaufen die das dann auch dort? Nein, also heutzutage wird das meiste schon weltweit verkauft. Also ich wüsste jetzt nicht von einem Land, wo produziert wird, aber sich die eigene Bevölkerung das nicht leisten kann oder nicht konsumiert. in der Regel gehst du schon... Naja, also schau dir mal iPhones an, ja, oder da in China, die kosten schon ein paar Euro 50 im Verkauf. 1500 Euro kostet so ein Ding. Ja, aber gleichzeitig China ist der weltgrößte Konsument von teuren Cognacs und von Champagner. Und ich habe gerade, letzte Woche hatten wir Klausurtagungen von meiner Sozietät, und da war ein Vortrag von Mercedes-Benz Seoul, ja, die setzen in China natürlich mittlerweile viel mehr Fahrzeuge ab als in Deutschland und vielen anderen G9-Ländern zusammengenommen. Klar, weil es da auch mehr Leute gibt, aber da ist auch schon eine Kaufkraft. Ich bin oft selbst wieder überrascht von meinen Vorurteilen, dass ich denke, in einem bestimmten Land ist vielleicht ein bestimmtes Produkt schwer abzusetzen, aber es gibt überall eine Elite, die sich das leisten kann und wo es sich rentiert, dorthin zu exportieren. Gut, ich würde jetzt keine Motorsägen in die Sahara verkaufen wollen oder Schöller-Eiscreme an Nordpol, aber im Großen und Ganzen findest du eigentlich überall einen Absatzmarkt, wenn du ein bisschen deine Hausaufgaben vorher gemacht hast. Aber was hat jetzt globaler Vertrieb damit zu tun, dass ich die Produktion nach Polen oder nach Rumänien verlagere? Dann ist ja nur eine globale Produktions- Standortwechsel, aber nicht der Vertrieb. Oder die Verlagerung hat ja mehrere Gründe. Es gibt natürlich politische Gründe. Wir haben ja zum Beispiel in Deutschland das Phänomen, dass wir es geschafft haben, gemeinsam mit Dänemark die höchsten Energiepreise weltweit zu haben. Und was natürlich besonders interessant ist, wir importieren ja Strom aus Belgien oder aus Frankreich, der dort billig ist, aber sobald er die Grenze überschritten hat, siehe da, ist er plötzlich wieder teuer und die Unternehmen zahlen bis zu 30 Prozent mehr Strom jetzt in den letzten zwei Jahren. Wobei die Franzosen nichts dafür können, sondern es geht darum, der Preis des Stroms setzt sich zusammen und zwar orientiert es sich an der teuersten Energiegewinnungsmöglichkeit und auch wenn die plus 0,5 Prozent des gesamten Strommixes ausmacht, es wird diese als höchster Preis festgelegt. Bisschen Verarschung hier in Deutschland und ist halt so kann man nichts nennen. Wenn die also aus Deutschland weggehen, dann haben die meistens ein Kosten-Umsatz-Problem. Die Ratio stimmt nicht. Die Kosten sind zu hoch, wenn der Umsatz nicht groß genug ist. Deine Kosten können aussehen, wie sie wollen. Wenn du das 100-fache an Umsatz hast und das 50-fache an Marge, da ist es kein Problem. Aber wer hat das schon? Also gehen die weg und wenn man weggeht, dann sollte man natürlich immer erstmal den heimischen Markt auch penetrieren, in dem Fall Polen oder Rumänien oder Bulgarien oder Ungarn. Weil die liegen vor der Haustür und man kann natürlich gleichzeitig das Business-Modell überprüfen und es zum Anlass nehmen, dass man sich auch internationalisiert. Weil du hast dann alleine durch die Presse und die Story neues Werk gegründet in Ungarn. Ein Thema, mit dem du auf die Märkte gehen kannst. Auf die ungarischen und die umrundenden oder auch auf anderen. Und das sollte man einfach bei der Gelegenheit mit tun. Denn Verlagerung kostet ja immer erstmal auch richtig Geld und das Geld muss möglichst schnell wieder reinkommen. Ja und was weg ist, ist weg. Jetzt, also wenn eine Produktion mal ausgelagert wurde, die holt es ja nicht vier Wochen später wieder zurück. Das macht ja keiner. Das ist ein langwieriger Prozess, wenn man sie wieder zurückholen möchte. Und es gibt ja auch noch andere Gründe, die Produktion im Hinblick des Vertriebes ins Ausland zu verlagern. Und zwar das Ganze nennt man Protektionismus, dass man beispielsweise nur Produkte verkaufen darf in dem Land, in dem auch das Produkt hergestellt wird. Ja, das gibt es ganz oft. Also China und das MITI, das Ministerium für Trade und Investment, die haben einen hervorragenden Job gemacht. Du konntest jahrzehntelange nach Japan überhaupt nichts exportieren, weil alles, was da selber hergestellt wurde, dürfte gar nicht importiert werden. Die haben eigentlich das gemacht, was Politik machen sollte, die eigene Wirtschaft geschützt und gefördert. Da kann man jetzt drüber streiten, internationales Handelsrecht, ob das fair ist, aber es war für die eigene Wirtschaft gut. Und dann, man könnte sich ja zum Beispiel auch in Deutschland einfach ein bisschen was abgucken. Nehmen wir mal das Beispiel Free Zones. Da gibt es viele Länder, die sagen, okay, um für ausländisches Kapital attraktiv zu sein, schaffen wir hier eine Tax-Free Zone und wenn du dich hier ansiedelt, dann bist du halt mal für die nächsten 20 Jahre steuerfrei. Funktioniert für Ist das eine Freihandelszone? Ja, nicht nur eine Freihandels- sondern auch Produktion frei ist. Das schaffen die in Dubai, das schaffen die in Irland ganz hervorragend, nur wir schaffen es irgendwie nicht und wenn du dann halt siehst als Unternehmer, Mensch, in Polen, die stellen mir ein Grundstück für ein Appelei zur Verfügung, weil die sagen, bau du mal hier fast kostenlos, aber dann haben hier 20.000 Leute Brot und Arbeit und deren Familien oder wie die in Irland sagen, Künstler und Profisportler sind bei uns steuerbefreit, weil wenn wir es nicht machen, gehen sie nach Monaco, aber wenn wir es machen, dann zahlen sie zwar keine Steuern, lassen aber ihre ganzen Millionen hier und kaufen Luxusautos und Häuser und Konsumartikel, dann sollte man mal darüber nachdenken, ob man das nicht auch bei uns machen könnte. Ja, dann gibt es wieder die Gleichheitsdiskussion und dann bräuchtest du auch jemanden, der da in Berlin sitzt oder die in Berlin sitzt und auch mal um die Ecke denken kann. Das ist natürlich da schon schwierig. Was habe ich letztens für einen Spruch gelesen? Da hat irgend so ein Bauer vorne auf seinem Traktor, hat er den Spruch gehabt, hat er den Spruch gehabt, im Handwerk brauchst du einen Meistertitel, in der Regierung brauchst du keinen oder irgend sowas. Das hat sich irgendwie besser geräumt, als was ich gerade gesagt habe, aber sinngemäß, ja. Und das ist natürlich richtig, dass, ja, also ich glaube, das steht und fällt auch ganz klar mit den Köpfen, die da an der Regierung sitzen, aber auch, und das darf man auch nicht vergessen, mit denen, die dahinter stehen. Also man kann die Wirtschaft und die Politik nicht trennen. In jedem Unternehmen, da würdest du jetzt nicht irgendeinen oben als Kopf haben, der von der Sache keine Ahnung hat, ja. Jetzt haben wir in Deutschland in der Regierung Menschen sitzen, die sollen einen Staat organisieren, eine Wirtschaft, ja, die haben noch nicht mal einen Kleingartenverein organisiert in ihrem Leben, ja. Wie soll das gehen? Du brauchst eine gewisse Erfahrung und Sachkenntnis, ja. Als Gesundheitsminister musst du Ahnung haben von Gesundheit und da darfst du nicht einen gelernten Banker hin. Das ist genauso falsch, wie wenn du Militär jemanden hin tust, der noch nie eine Waffe in der Hand hatte. Ein bisschen Sachverstand hilft, ja. Und gerade in der Wirtschaft ist es umso wichtiger. Du dürfst jetzt kein Friseurladen aufmachen ohne Meisterprüfung, aber du darfst über alle Friseurläden in Deutschland entscheiden mit einem abgebrochenen Studio und fehlender Lehre, ja. Da sollten wir mal drüber nachdenken als Wähler, was wir uns da selber antun. Boah. Böse Welt, was du da sagst, ja. Böse Welt, böse Welt, ja. Schau mal, was hat bei uns in der Politik noch so alles passiert. Ich habe ja ein bisschen Hoffnung auf die Werteunion, dass die kommt. Und ja, ich bin stockkonservativ, gebe ich auf den Zug. Bei mir zählt ein Handschlag noch, bei mir zählt eine Uhrzeit noch, wenn was vereinbart wurde. Und mein Wort zählt auch etwas. Ja, nicht so, ah, schauen wir mal, tut mir leid, eventuell, ja. Wenn was da Wichtiges dazwischen kommt, dann ist es okay. Aber es muss auch irgendwie begründet sein und nicht so, ich habe keinen Bock oder sowas, ja. Und was ganz, ganz schlimm, was ich ganz, ganz schlimm finde, ist, wenn Menschen mit zweierlei Maß messen. Ein Meter ist ein Meter, egal ob du dieser Partei gehörst oder dieser Partei gehörst. Egal was du tust, ein Meter ist ein Meter. Man soll es kaum glauben, wurde damals in Paris festgelegt. Wollen wir nicht abschweifen vom Thema globaler Vertrieb? Ich bin sicher, wir haben viel vergessen, weil Globalisierung und globaler Vertrieb ist ja ein Thema, da könntest du unendlich drüber reden. Wir könnten alleine zwei Stunden nur über den Vertrieb in den USA reden, aber ich glaube, so als ersten Überblick und als Anriss der Thematik, um darauf hinzuweisen, wo man ein gewisses Bewusstsein entwickeln sollte, dass man es beachtet und nicht in die größten Fettnöpfchen tritt, glaube ich, war dieser erste Überblick mal ganz brauchbar, so hoffe ich doch. Genau und wer mehr wissen möchte über den globalen Vertrieb, wer sich beraten lassen möchte, ob er seine Produktion in Deutschland behält, in der EU oder sonst so hingeht, der darf sich gern an den Uwe Rembor wenden. Seine Webseite, Kontaktdaten und so weiter sind alle in den Shownotes zu diesem Podcast verlinkt und lieber Uwe, ich hoffe, dass es viele Menschen gibt, die sich deinen Podcast anhören, der ist nämlich super interessant und die dich natürlich auch kontaktieren und ich hoffe natürlich auch, dass wir irgendwann mal Menschen an der Macht sitzen haben, die nicht nur Kinderbücher geschrieben haben, nicht nur Taxifahrer waren, vielleicht auch mal was weiß ich was, Ernährungstipps geben, die sie vielleicht selbst anwenden und uns sachbezogen auch irgendwie eine Ausbildung mal gemacht haben. Also das ist ja alles bitter, was da oben rumläuft. Ganz, ganz, ganz schlimme Sache. Man kann nur hoffen, man kann nur hoffen, man kann nur beten, dass es vorwärts geht, weil meine Befürchtung ist, dass das noch schneller an die Wand gefahren wird und was dann passiert, ja. Das ist vielleicht ein weiteres Thema für einen nächsten Podcast in der Rückschau, was jetzt alles so passiert ist. Da hast du völlig recht. Dann wünsche ich und alles Gute uns beiden und natürlich auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wie immer, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen, dass ihr gesund bleibt, solltet ihr erkrankt sein, dass ihr rasch wieder gesund werdet. Mein Name ist Ulrich Eckhardt und wir hören uns spätestens nächste Woche wieder zu einem neuen Podcast. Servus, bye-bye. Uwe sagt auch auf Wiederhören. Tschüss und bye-bye. Tschüss und bye-bye. Tschüss. 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 Vielen Dank.